den simulator an meinem freund zu meiner heutigen geburt wir fangen mal mit 1 an weißt du was du da machst? nein ok ich merke was ey bitte das ist richtig ekelhaft echt? das ist so wie sie sich freuen so kleine ameisen oder? ey es ist übel ekelhaft ey wenn man auch sie so zu freuen ist übel ekelhaft also der Oma ist jetzt auf Stufe 3 jetzt müssen alle gehen oh mein Gott kannst du das mal bitte? ey ich glaub das nicht ja wie soll man atmen? die glaubt sich anfühlt atmen atmen das Kind ist noch nicht da hör auf mich anstecken wir sind jetzt auf Stufe 5 oh mein ekelhaft oh mein Gott du darfst den Bauch nicht abspannen ja witzig ja witzig oh mein Gott Stufe 6 nächste Stufe? schlafen wir drauf oder? ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich will nicht mehr oh mein Gott ich will es bis 7 lass es einfach bis 7 sein lassen wir es bis 7? oh mein Gott 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 soll mir in die Wanne gehen? oh mein Gott geh mal die PDA oh mein Gott ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr jetzt ist es so schnell geworden oh mein Gott ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr hol das Kind raus hol das Kind raus bitte Kaiserschnitt 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 ich würde sagen wir probieren mal 8 wenn es gar nicht geht mach ich aus scheiße wie kann man das nicht einspannen wie kann man nicht einspannen atmen atmen ausatmen ich kann nicht mehr okay ein Stoß noch dann gleich auf oh fuck oh mein Gott ich kann nicht mehr ausatmen rotblast ist auf jeden Fall geplant es ist nur hier es ist nur hier es ist nur rechts ja Pfff ah du drückter einfach oh mein Goooooood oh shit Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Du brauchst die Zange? Gib mir die Zange aber da. Wehenpause. Was für Wehenpause, Alter. Die Schultern kommen gleich. Die Schultern kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ist das Kind jetzt raus? Stufe 10. Oh shit. Oh shit. Du hast doch nicht so viel hintereinander, Alter. Ich reiß den kleinen Kopf. Oh mein Gott. Stufe 12. Oh shit. Du hast gleich gesagt, wir drücken dir richtig ins Bein rein. Du bist doch mein Vater. Du bist doch 13. Oh shit. Oh mein Gott. Oh shit. Du bist doch 13. Frag mal live, Alter. Frag mal live, Alter. Oh shit. Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, Alter. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das Kind ist da. 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 Oh shit. Ihr ist da. Ihr ist da. Es geht nicht aus. Bitte mach es aus. Es geht nicht aus. Es geht nicht aus. Bitte mach es aus. Was ist es? Es ist ein Mädchen. Mit langen Haaren. Wir waren noch nicht mal in der höchsten Stufe. Noch nicht? Bis wohin geht es? Wir waren schon bei 15. Dann machen wir gleich aus. Zugabe. Wir werden jetzt wissen, bis wohin es geht. Darf ich jetzt das kürzlich sagen? Ausgespern mit Jammerlappen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machen wir das? Auf gar keinen Fall. Ich schwöre auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Alter. Oh mein Gott. Was macht das? Ich bin ja trage. Ich bin ja trage. Ich bin für die Schöne.